diese straße soll den namen von julies familie tragen wohl nicht der entscheidende tipp aber immerhin ja die straße heißt so wie julies italienische familie jetzt muss natürlich einmal durchlaufen in der hoffnung dass sie irgendwas sieht ein straßenname mehr nicht die bilanz nach zwei stunden suche ist ernüchternd und der chef drängt zum aufbruch